Hi zu Foliatek. Ihr habt eine Weltneuheit dabei. Was ist das? Wir haben hier am Messestand die Foliatek Lacknatz Cover. Das Produkt ist sichtbar hier vorne an der Felge. Es ist ein Optik-Tuning. Das heißt, der Trend kommt aus dem Driftbereich mit sogenannten Lacknatz und Stehbolzen. Was bringt das Ganze? Der Vorteil an unserer Produktvariante ist die, dass sie im Straßenverkehr zugelassen ist. Ich habe die Möglichkeit, auf die originalen Radschrauben die Lacknatz Cover mit einem 6kg Neodyn-Magnet aufzusetzen. Der Vorteil hierbei ist, ich habe ganz schnell kinderleicht, also das kann jeder, eine schicke Optik an der Felge und zusätzlich noch, das Thema ist eintragungsfrei dank TÜV-Genehmigung. Also ganz schnell und es schaut super cool aus. Genau. Danke. Gerne.